Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Afrischemarsch. Wir fahren aktuell vom Feld 2 Gerste zum Hof in Drescherabtanken. Wir werden gleich beginnen mit dem Kalken des Feldes 15. Und dann werden wir Stroh einsammeln. So, kurz, kurze, hier vorne die Hecke, die war nicht mehr da mit den Änderungen von langer, langer Zeit. Oh, das war halt nicht der Hauptgrund, Hauptgrundfrage, wie sie mit der Tankstelle, was ich da nicht verkaufen kann. So, jetzt machen wir hier folgendes, Kalken, aber wir wollen einen anderen Kurs nehmen. Wir haben hier jetzt eine andere Arbeitsbreite, also Kalken. Kalken, Feld 13, 2. Haben wir gar nicht. Gut, dann machen wir mal neu. Vorgewende. 2. 2. Ja, 2 Rundenweigen. 80 Meter. Dann müssen wir Kontrolle machen. Gage. Ob das stimmt. 14. Streuteller ist. Dann muss ich nochmal ein Dings reingehen. Menü für fürs Kaufen. Das heißt, Geräte. Den habe ich. Streuteller. Dann ist eine Arbeitsbreite von 20 Meter. 20 Meter. 20 Meter. Ach, wir werden mal ein Dings reingehen. Ganz kurz. Zurück. X. Wenn er aufklappt, dann ist er sofort an der Mazda. So. Ich probiere nicht. Ist ja 19. 18. Wenn er nicht passt, werden wir das sehen. Dann werden Reste fehlen. Dann werden wir das gar nicht groß. Uh, ich dachte schon, er wollte durch den Zaun durch fahren. Äh, ja. Äh, gut. Äh, gut. Das Feld 1. Brauchen wir nicht mal. Die wollen noch auf Feld 15. Hallo. Die Rind einschalten. Also fahren wir eh rüber, wenn wir weg. Ist egal. Ist ja Pflegebereitung. Wenn wir drauf sind, ist ordentlich. Irgendwas falsch. Draußen ist heiß. 30 Grad. Nix für mich. Aktuell habe ich Lüfter an. Und mein Luftkühler. Mit kaltem Wasser, aber viel bringt es auch nicht. So, jetzt haben wir mal richtig. Wir sind richtig. Nice. Neu. 15. Gleiche Einstellung. Und dann. Und dann. Ja. Der hält mir mal ein bisschen. Sonst würde er ja nicht ein ganz, 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 ganz blöde Kuchen eigentlich machen. Das ist doch blöd. So. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wir müssen mal kurz rückwärts fahren. Das muss nicht perfekt sein. Nein, jetzt hat er mich rausgeworfen. Und gleich Lenkrad weg. Gut, er arbeitet schon mal. Und der Lenkrad, wenn ich rausgehe, ist gleich gleich weg. So, natürlich ist die Aufnahme nicht gestartet. Gut. So, gut. Sieht schmal aus, ne? Aber er zieht mit 20 km durch, wie sein soll. Der ist auch voll. Ich nicht. Der Lenker geht ohne. Brauchen wir noch eine Temperatur. Okay, wir haben einfach geäben jetzt. Dauern eine Weile. So, jetzt will er. Oh, nee. Das ist Vorgang über drei heute. Das ist Mittwoch. Mittwoch. Hast du mein letztes Mal auch durcheinander gebracht. Bei der Touring-Karte. Schusslich, wie ich bin. Wenn er jetzt intelligent ist, dann macht er es leer. Oh, na doch nicht. Zu früh gedacht. Zu früh gefreut. So. Also, ein bisschen arbeiten. Aber ich könnte ja schon mal mit dem Stroh anfangen. Beziehungsweise ich kann mit dem Fendt mal gucken, wo ich das... Das muss nicht geflügt werden, das muss gegrüppert werden. Das heißt, gegrüppert. Hier muss man mal Ruhe. Das ist der Rote. Der Schwarze ist im Flugersatz. Mal schnell gehen durch. Nicht abhängen. Ich bin zu weit gefahren. Das ist ein normaler Flug von für Porsche. Von dem Porsche-Paket. Wenn ich mich erinnere. Ich kann mich aber irren. Es gibt so viele Morts mittlerweile. So. Bereitgestellt. Das heißt, stehen lassen. Ich kann mich an der Straße stehen. So. 50%. Also reicht nicht ganz. Da haben wir keinen Überflusskurs. Gefahren. Macht nichts. So. Hier werden wir mal gleich den Kurs... ...ladenken. Habe ich schon gespeichert? Ja. Denk schon. Den laschen wir immer wieder. Erntefall 2. Dann wären wir... Erntefall 2. Ja, Erntefall 2. Und dann werden wir noch einen Kurs ergänzen. Überführung. Ah, ausgeschrieben ist das passend. Feldarbeit. Feldarbeit. Oh, einstellen. Ersten. 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 Nee, kommt, ne? Da fangen wir zuerst an. Sammelwagen ist gut. der traktor ist ein bisschen schwach dafür aktuell in einem raum und zum kuppern er gleich so lange macht nichts wusste ich mir gehen mal kaltteuer auch richtig macht ja richtig was gut aber der ton passt das sieht gut aus, 20 kmh, das muss jetzt sein ablage hier ein bisschen richten so, 34, 35, naja geht gerade so aktuell die grafische Entschuldung auf Maximum gemacht aber die Auflösung auf 2k dadurch ist das verkrachtbar und muss nicht gehen so ja gerade so da wusste haben wir keine OPS, ne? nö muss ich mal schauen, ne? kann auch passieren mal, ne? wenn ich das mal, äh jetzt hoch einstelle, dass es da Probleme gibt ich hab zwar einen starken Rechner aber hauptssehen kann es da Schwierigkeiten geben das wollen wir ja nicht wir wollen ja eine 1a Qualität gefahren Bild wie Ton, ne? ok ich fahre jetzt so schnell und dann nochmal anstellen runter auf 10 oh, geht auch kann man ja höher drehen 3, zack auf 10 mit dem Gaspedal ist das so empfindlich da geht gleich noch gleich Vollgas fast leer Stoff hat sie ist auch fast leer voll ist er Ochsa packt die Kurve nächste Sorge Kalkfahrer fährt auch ganz hinten bin ja gespannt ob jetzt auf dieser Karte auch mal Regen kommt ich hab ja nachher auf der Karte ja sowieso ich hab ja auf der anderen älteren Spielstandprinzip fast 100 Stunden gespielt ohne Regen wurde gestern 2 Stunden gebraucht um alles einzurichten ungefähr gut 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 das wär das kann er weiter fahren mehr schauen Dünger streuen wahrscheinlich die Wiesen wahrscheinlich da muss man Dünger streuen 25 und 27 die 21 Oh, das muss ausgeflügt werden irgendwo naja gut aber wird man nicht wir werden nochmal sehen die Felder flügen Dünger oder nach der Grasernte das können wir machen also erstmal wenn wir das Düngen wir werden die entsprechend Düngen auch Düngen Kalk ist fast fertig und dann werden wir die gleich Düngen und zwar ja ja schauen wir Düngen wir auf jeden Fall die 13 13 haben wir gerade aber wir warten bis es wieder wächst die 25 und die beiden Wiesen unser Strohfuzzi na das war kurz besser blöd das ist ja auch nicht ein Beißen genommen ne die sind schmutzig 8% einmal nachfüllen und weiter gehts der Stroh kommt noch gut klar keine Fehler waren Schluck auf Holz Tobi Tobi Servers braucht 14% der Folge dass dieses hier Tobi macht mir das hier ich kann an links gucken aha und nach rechts gucken wo ich mir eine Maus machen kann ich kann auch nach unten gucken und nach oben das ist jetzt ein bisschen weit weg aber der ist fast fertig beziehungsweise fast leer das heißt immer eingehalten mal kurz einlassen und jetzt fahren wir los und wo wir die Fuelskut erstellen das können wir machen da müssen wir am besten hier vorne anfangen oder oben wo der Treffen anfängt das ist im Grunde egal der Einzige Leute ist na das geht jetzt nicht da müsste ich gerade den löschen und neu einfahren das ist so ungünstig oder ergänzen wir ergänzen nochmal das geht auch der Maus außerhalb das ist nicht gut das geht nicht geht schon aber das ist unständlich dann hat er den Punkt nicht wo er weiterfahren soll ja würde er auch gehen einmal fuße jetzt müssen wir mal einen Pkw kaufen und dann in den Pkw einfahren und dann geht das aufgelöst so wachst du uns an wächst ja also ich kann es nicht ausstellen mit diesem Mod das wächst normal in Anführungszeichen was normal ist so das dauert eine Weile das dann schauen wir mal hier wieder voll dann ist der Grasche auch gleich wieder voll passt dann haben wir die dritte Folge auch gleich voll das war Temperatur 27 wir durch wir durch alle Sommer ja starten wir gleich durch und fahren gleich weiter ja ja bisschen mehr links fahren dann wieder rechts Werte sind okay CPU 3% ist 4 FPS keine Verluste die Kalken sind voll gemacht ich glaube wir hauen die das auch noch rein hier das ist draußen ah geht er ohne ich gehe wieder mal Kalkus voll so liebe Freunde das soll es für die heutige Folge gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich freuen über ein Like auch ganz gerne mein Abo dann lasst mich hören und sieht man sich zur nächsten Folge bei eurem Füße um den Winkel geht's dir nicht tschau tschau